Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fallplanen-Cursor. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass es dabei ist. Bis heute habe ich erstmal diese komischen Feuerwehrlichter entfernt, weil die gaben echt kein schönes Licht ab. Und dann habe ich heute die komplette Höhle fertiggestellt. Eigentlich wollte ich das noch gar nicht fertig haben, aber es lief heute sehr, sehr gut. Ich wollte eigentlich nur den Feinschliff machen und dies, das Ananas. Und irgendwie bin ich dann flotter vorangekommen als geplant und somit habe ich die komplette Höhle heute fertiggestellt. Ist ja auch was Schönes. Angefangen damit, erstmal die Feuerwehrlichter, habe ich ja gesagt. Dann habe ich den Totenkopf nochmal so ein bisschen in den Fels einzementiert. Sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, nicht mehr wie so da drauf gedruckt. Und dann habe ich heute sogar noch, ich war sehr, sehr produktiv heute, mein Gott. Und dann natürlich beleuchtet. Und ich habe heute oben Bäume hingesetzt. Genau, Bäume und animatronische Figur habe ich auch noch platziert. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Hatte ich übrigens die ganze Zeit schon so vor. Deswegen hatte ich oben diesen Grünstreifen gelassen. Naja, ich hätte da natürlich auch Felsen hinmachen können. Aber Palmen wachsen nicht so gut auf Felsen. Deswegen habe ich da Grün gelassen. Ist eine Argumentation, oder? Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020